KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs kam es am 29.12.2019 gegen ca. 20 Uhr auf der B9 zwischen Ludwigshafen Maudach und Ludwigshafen Ockersheim in Fahrtrichtung Frankenthal. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Kleinwagen. Dabei gab es zwei verletzte Personen zu beklagen. Über die Schwere der Verletzungen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge, die beide abgeschleppt werden mussten, kam es zu einem größeren Stau auf der B9. Im Einsatz waren Rettungsdienste, Polizei, Notarzt und die Feuerwehr. Metropolregion Rhein-Neckar-News wünscht den beiden verletzten Personen eine gute Besserung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017